Ah, das ist ja cool, ich habe eine leere Dose da durchgekriegt. Okay, warte mal, bist du schon auf dem Weg? Ja. So. Ich meine, im Betrieb wirklich leer, ja. Warte mal, die Stadt war ja hier unten. Die Straße hier. Links war eine Fabrik oder sowas. Das finde ich auch geil, die Straßen hier zum Beispiel, wie die teilweise aussehen, ey. Kannst du dich mal mal hochformen? Naja, okay, du darfst aber auch nicht vergessen, wenn das hier 20 Jahre später ist, kann schon sein, dass sich das ein bisschen verformt. Zwar nicht so extrem, aber an und für sich könnte es passieren. Aber ein bisschen. Ich esse auch mal die Dosis Miso-Suppe erstmal. Aber ich bin echt keinem guten Zustand. Ah, die erhöht auch mein Wasser. Wo bin ich jetzt eigentlich gekommen? Bist du auf der Karte? Nee, wir müssen hier hoch, warte mal. Warte, warte, warte. Ah ja, hoch, links, da ist eine Stadt. Ja, da haben wir mehr Chancen. Ach, da bist du okay. So. Also wir looten jetzt auch die Stadt und dann die ganze Stadt natürlich. Und dann musst du auf Arbeit. Ja. Ich finde es ein bisschen... Also ich würde es nicht so machen wie du, aber wenn du damit fährst, ist klar, also dein... Ich habe mich schon mal gewundert über deinen Zyklus. Du kommst von Arbeit und gehst dann schlafen. Oder? Ja, in der Nachtschicht auf jeden Fall. Ich hätte da echt zu viel Angst, dass ich mal nicht genug Schlaf kriege und dann übermiedert einpette, wenn ich heimfahre, früh. Ist mir letztens auf dem Parkplatz immer passiert. Dass du eingeschlafen bist. Ich habe eingeparkt, weil ich das Auto ausmachen bin, eingeschlafen eine halbe Stunde. Ja, solange es nicht beim Autofahren passiert, ist es okay, denke ich. Da drüben ist eine Fabrik, da war ich vorhin. Aber ich glaube mal da rechts. Oder einfach geradeaus, was meinst du? Bisschen mehr rechts. Ich hole auf jeden Fall mal dieses Ding hier. Da kommt Gammelfleisch raus. Und ein Knochen. Ja, zwei. Das ist wichtig. Ja, da kann man ein Leim draus machen, das weiß ich. Leim und eine Knochenklinge. Okay, ich mache lieber Stahlklinge. Wenn es das gibt, gibt es das? Wahrscheinlich schon. Hast du kein Holz? Ja, ich brauche was. Ah, Honig. Das ist auch gut. Wo ist Honig? Beim letzten Schlag habe ich Honig rausbekommen vom Baum. Okay. Ja, früher war das mal so Baumstümpfe, wo da so Klamotten gefunden und Honig. Jetzt haben sie halt, glaube ich, nur noch Honig drin. Warum finde ich Honig, wenn ich einen Baum kaputt mache? Geht sie gerade rein? Nö. Sollte mal reingehen? Ja. Ich gehe vor. Obwohl, nee, du hast die Rüstung. Oh, was zur Hölle. Mien, pass auf. Danke. Die kleinen Bonbondosen auf dem Boden sind Mien. Ich glaube, jetzt wissen sie, dass wir hier sind, oder? Ich denke schon. Ich gehe trotzdem mal zu der Tür. Boah, ich habe mich so gefreut. Oh, boah. Ich lasse die einfach kaputt machen. Ich habe mich so gefreut. Oh, was? Wo kommst du denn her? Mein Leben hat sich regeneriert. Nein, lass ich auf die Mine. Ein bisschen weiter in die Stadt gehen. Was? Ein bisschen weiter in die Stadt gehen. Wasser. Boah, da könntest du mal Glück haben und ein Grill finden. Ich habe einen Bauarbeiter hier. Auf jeden Fall. Oh, oh, da kommt eine Horde raus. Ich bin bei Boah. Ja, du machst das schon. Wo gehen die Feinde bitte schön hin? Ich bin bei Buzzersport. Ich schieße gerade durch den Typen durch und treffe den dahinter. Die sind ganz schön stabil. Oh, oh. Ich habe gerade den Pfeil aus ihm rausgezogen, während ich ihn gehauen habe. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe vorhin gerade, glaube ich, gelegt. Ihr Maximum Health Level ist low. Das war es mir wert. Ich habe die Pfeile aus dem Typen rausgezogen, wenn er mich geschlagen hat. Okay, ich glaube, er ist tot. Man kriegt aber nicht alle Pfeile wieder. Abzutun. Soll ich dir eigentlich helfen, oder kommst du klar? Noch lebe ich. Ja, ich auch, aber... Ich habe keine Stamina. Ich habe kein Leben. Ich habe noch 13 Leben jetzt. Ich habe Schmerzmittel. Jetzt geht es mir gleich besser. Ich glaube, wenn man das Spiel alleine spielt, ist es viel schwerer, oder? Also, wenn du wirklich kein... Ich habe einen Kochtab oder sowas gefunden gerade. Den haben wir, oder? Ich habe eine Bar gefunden. Eine ganze Bar hier. Und da steht Cold Beer und das C haben sie durchgestrichen. Freeman, komm her. Ich habe eine ganze Bar für mich. Ja, die Bar ist leer. Da war sogar eine Stange für eine Tänzerin. Oh, da ist eine Bonbondose. Da gehe ich mal nicht hin. Au! Lass mich, lass mich. Ich habe gesagt, ich werde erst mal schnell hier plundern gehen. Ja. Wo kam der her? Das wollen wir uns der Inhaber sein. Ah, danke. Wieso schießen die Pfeile durch die durch? Ich weiß es nicht. Sind die so faulig? Bier. Irgendwas ist gerade explodiert. Bist du auf die Mine gelatscht? Nein. Ich war es auch nicht. Ich bin krank oder gelähmt und ich wurde gar nicht noch mal getroffen. Willst du hier gerade rein? Nein, da greifen welche von außen das Haus an. Das ist okay. Das ist nicht mein Haus. Ich bin auch noch überladen. Toiletten sind abgesperrt. Ich gehe mal in die Getränke hier. Wo ich habe Bier gefunden und Wasser. Ich brauche einen Grill? Einen Kochtopf. Hey. Ich habe Bleichmittel oder sowas gerade gefunden. Ich will es nicht, wo Büro das brauchen. Ich habe noch mehr Bier gefunden. Und noch mehr Bier. Ich habe nichts gefunden. Nichts Brauchbares. Auch ein Grill? Da ist ein Verkaufsraum in der Mitte. Da kommt man aber logischerweise nicht dran. Hä? Was ist das für ein Schwachsinn? Da ist ein Raum dazwischen, aber den kann man eigentlich nicht betreten. Wir erwarten hier der Innenarchitekt. Wow. Den habe ich mit einem Schlag getötet. Ich glaube, der war auf der Miner. Stimmt's. Oh, da ist ja noch mehr Bier. Möglichkeit. In Waschbecken ist eine Kugel, warum auch nicht. Ich habe haufenweise Wasser gefunden. Und ein Gläser habe ich auch. Das hat doch ein bisschen. Oh, was haben wir hier? Poppenpilz. Kann man ihn nicht schmieden? Ich habe eine Destille gefunden. Destille? Ja. Und einen Kochtopf. Ich brauche keinen Kochtopf. Ja. Ich hätte das nicht. Das ist eine Destille. Das ist ein Chemie-Tisch oder sowas. Ich kann Antibiotika-Farbe und sowas herstellen. Warte. Ich bin auf dem Weg. Oh, ich bin überladen. Ja, das kenne ich. Geht doch noch. Ah, schon schlimmer, aber ich mal Inventar. Ich könnte was essen. Aber ich habe nichts zum Essen so richtig. Nö, ich kann ja nichts essen. Meine Idee war jetzt irgendwo, ist doch was aus dem Inventar. Das bist du. Guck mal hier in der Mitte. Von der Seite. Von der Seite kannst du da reinschauen, aber man kann eigentlich den Raum nicht betreten. Das ist total hirnrissig. Da fehlt eine Tür irgendwo. Naja. Okay, da hinten. Ich glaube, da kommt jemand gerade rein. Nee, doch nicht. Hier? Oh, oh. Da. Na, hier. Ah, ja. Die ist gut. Ist das so ein Chemie-Tisch? Ja. Die ist sehr gut. Da brauchen wir schon mal keine Bauern. Ja, natürlich kommen wir einfach jedes Mal hierher. Schlag mal die Türen hier ein. Da könnten Toiletten drin sein, da könnte Wasser sein oder irgendwas. Und ich habe schon wieder auf 21 hoch gehielt. Diese Heilungs-Skills sind echt super. Ja, den habe ich jetzt auch schon gemacht. Ich habe den schon Stufe 2. Den brauchst du aber auch. Ja, natürlich. Und was wir später leveln müssen, ist auch ein Schrotflinten. Oh, abgestandenes Wasser aus der Toilette. Das kannst du unbedingt nehmen. Da können wir natürlich Wasser draus machen. Eine Bonbon-Dose. Ist gut, da können wir Minen draus bauen. Mhm. Ja. Kann ich dann auch drauf treten oder? Ja, kannst du auch. Super. Ich habe mich auch schon mit meinem eigenen Minen umgebracht. Oh, jetzt habe ich auch noch Humo. Alle unsere Probleme sind gelöst. Ich habe Pilzsamen gefunden. Ja. Ich habe aber auch nichts mehr zählst und ich glaube, zu Hause sind es auch nichts mehr. Oh, guck mal. Oh, was schnellst du. Trinkt nichts. Wir könnten auch die Innereinrichtung hier zerlegen. Na, die brauchen wir noch nicht. Der Bonbon-Dose auf der Bühne. Ja, das meinte ich vorhin, dass da noch eine Miege liegt. Da war ich jetzt nicht jemand. Ich sage, kann ich die eigentlichen Leben noch aufschlagen. Nee, oder? Nee. Da ist auch so ein kleiner Knopf drauf. Ich glaube, die ist scharf. Brück mal, vielleicht ist es dann unscharf. Fisherman's End. Wending-Maschinen, aber ich habe kein Geld. Kann ich die Sachen verkaufen? Nee, das kann ich nicht. Das kannst du nur beim Trader. Okay, und da könnte ich rein Tire dich hier Sachen kaufen, oder? Ja, das hast du aber... Ist jetzt gar nicht. Geld nicht, du musst diese Casino-Token oder wie die... Ja, ja, das meine ich, aber das weiß ich, dass die... Diese Chattons, diese komischen... Brauchst du das? Was? Keine Ahnung, glaub nicht. Du bist durstig, ich trinke Festigkeit. Trinke Sand. Trinke Sand, genau. In Strandet war das eingestellt, da konnte man Sand essen. Aber erst, wenn man es oft genug gedrückt hat, hat er dann plötzlich gesagt, na gut. Sehr nah. Nee, du kriegst eine Menge Durst dadurch. Meistens, wenn du sowas anklickst, sagt er, das ist wohl ein Traum aus der Kindheit und sowas. Oder nix da. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Wir bräuchten Eckgrill. Grill ist irgendwie gerade ganz wichtig. Ja, aber bei denen, bei denen ich zugeschaut hatte, ein bisschen, die hatten auch ein tierisches Problem damit, Krills zu finden. Obwohl, da waren die auch ständig gefunden. Ich glaube, das sind solche paar Items, die man echt schwer findet. Ich mache den Baum hier mal schnell weg. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Ja, ich könnte jetzt auch, du musst, wenn du nicht satt bist, hast du keine Ausdauer mehr. Kann man nicht ein Papier trinken? Ganz so. Sieben, wir sind auch ein Schnitzel. Das ist wahrscheinlich eine Apotheke, oder? Ja. Wir haben wohl kein Essen finden. Nee, eher weniger. Oh, guck mal, diese Feuerleiter ist auch schön. Oh nein, es brennt. Ich renne da runter und stürze einfach mal in den Container. Ich renne runter und breche mir die Beine. Papier. Die Tür ist offen. Ich mache es dir mal lieber zu. Ältures Kabinett. Mal gucken, was hier ist. Open, aber ich glaube nicht, dass es... Oh, das ist doch ein... Store. Ähm, du solltest rausgehen. Aber ihr könnt mal essen finden, das sieht aus wie so ein... Laden, in dem man essen kriegt. Schlecken zum Nicken. Ah, ja, ich glaube, da musst du auch gerade... Der hat sich gerade einen Schritt gefasst. Oh. Typischer Manager kann nix. Oh, der lebt noch. Die Autostaminant. Oh, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Obwohl, das Leben ist relativ wahrscheinlich bei dem... Warte, 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 warte. Wenn du dich nicht nirgst. Ich achte, du lockst dich an. Ich achte, du lockst dich an. Oh, was ist das? Oh, hier in der Rindfleischration. Nimmst dir. Na, nimmst du doch. Ich dachte, du brauchst selber was. Ja. Hinter dir. Schlag dich um. So kannte die jetzt her. Keine Ahnung. Das nächste Essen ist meins. Ja, komm her. Ich kann dir das Essen abgeben. Ich habe noch Vorsicht hier gefunden. Oh, super. Was ist der? Ah, Steuerung. Warum kriegt man ein... Das ist die Rindfleischration, die ich dir gerade gegeben habe. Aber so klar. Ja, habe ich noch eine gefunden. Warum kriegt man eigentlich eine Lebensmittelvergiftung, wenn man diese abgepackten Sachen... Obwohl, wer weiß, wie alt die sind. Oh, ein Versteck. Ein Büro. Eine Werkhalle. Juhu, Munition. Mit einem Gegner drin. Ja, geh mal kurz... Lass mich durch, lass mich durch. Achso, ich kann durch. Ich wollte nur, dass du nicht im Weg stehst. Da kommt noch einer. Die ist schneller. Nein, nein, nein. Lauf raus. Ich will noch. Ich kann dir nicht helfen. Oh Gott, ich will die nie so schnell laufen. Verdammt. Bist du tot? Ja. Ah, für meinen Freund. Ich treffe gar nicht. Ich schiebe über die drüber. Lauf lieber. Oh, nee. Ach, es ist dunkel geworden. Jetzt sind die schneller. Stimmt's. Hm, das hasse ich, wenn die gelebt sind. Oh Gott, die folgen mir. Lauf, Forest, lauf. Geht nicht, ich bin überladen. Oh, ich komme gleich, hat die Klingel. Ich lege mal einen Pfeil auf. Okay, jetzt kann ich wieder die große Fresse haben. Jetzt habe ich hier ein bisschen Ausdauer. Ich bin aber kurz weg. Hast du gerade was gegessen? Nee. Okay, die springt da fröhlich umher. Habe ich Munition gefunden. Nicht für diese Pistole. Also, es ist ein bisschen ungünstig. Das, da sollte man vielleicht wirklich drauf achten, dass die halt wirklich schneller werden, wenn's Nacht wird. Ich kann doch bestimmt ein paar Pfeile machen. Ah, keine Federn. Da seht ihr jetzt alle weggesnipert. Aber ich glaube, ich suche einfach mal hier nach was zu essen in der Zeit. Ist das eigentlich gut, was ich mache? Ich überleate mich ja eigentlich immer mehr. Oh, guckt euch mal die... Ich wollte eigentlich sagen, guckt euch mal diese Zeug da an, aber... Nee. Ich glaube, ich sollte nach Hause gehen. Ich werde verfolgt, ich bin weg. Ich gebe auf Pistole. Ich bin einfach viel zu langsam, weil ich zu viel über... Ich trage viel zu viel bei mir. Ich bin einfach mal ganz leise. Wir versuchen keine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Ach, Mensch, hier war ich nicht. Ach, das war eine Stripper. Ich dachte, das war einfach nur eine Bar, aber das war eine Stripper. Okay, meinem Leben geht es auf jeden Fall schon mal besser. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich nehme nur anderthalb Stunden auf, aber ich bearbeite dann lieber die Aufnahme dann nochmal neu. Das ständige zwischendrin aufhören ist jetzt beim Koop echt ein bisschen blöd. Ach du, meine Fresse. Nein. Schlag zu, Mann. Dein Lebenssing. Ja, ich bin tot. Ich wollte eigentlich gerade nach Hause laufen, aber da kam jetzt ein paar Eier, der hat bloß einen Tanker an. Vielleicht besser, dass ich tot bin. Ja, ein Nippelpiercing. Errungenschaft freigeschaltet, Christopher Columbus. Oh, nein, jetzt habe ich ja das Licht. Das ist halt echt blöd, wenn es dunkel wird und du überladen bist und ich bin immer noch. Das Problem ist, dass mein ganzes Essen und alles dabei ist. Ja. Ja, los. Demo-Verträgern. Was? Und wir Zeug holen. Ja, warte, ich habe das Holz jetzt erstmal gepackt. Ich habe mich im Haus verlaufen. Wo ist es? Da hinten. Verschwindet dieser Status auch irgendwann, dass es mir schlecht geht? Ja. Aber glaube ich mal, so ein Buff near by death. Da hast du irgendwie deine Skillfähigkeiten teilweise verloren für eine gewisse Zeit. Ach, das mit diesem Medi-Koffer, den du da unten hattest. Also, den ich hatte. Genau. So. Das ist ja cool, dass mir angezeigt wird, dass da mein Rucksack ist. Aber ich glaube, wir sollten das Rucksackzeug nehmen und dann vielleicht erstmal weglaufen, oder? Wo bist du eigentlich vom Haus? Ach so, ich bin schon losgelaufen. Ja, ich glaube auch schon losgelaufen. Ja, ich glaube auch schon losgelaufen. Komm, aber auch meine Richtung. Schon unterwegs. Ich sammle Steine von der Straße. Tu was für den Umweltschutz. Ja, Steine sind immer gut. Ich nehme ein bisschen Gummi mit hier. Ne, lasse ich lieber. Ah, okay. Hier sind jetzt garantiert welche, weil hier vorne ist mein Rucksack gewesen. Oder willst du jetzt auch nochmal in diesen Raum rein? Na, ich hole meinen Rucksack jetzt. Ich habe volles Leben, was soll schief gehen? Du könntest sterben? Nein. Soll ich jetzt... Soll ich zu dir kommen? Ja, wäre cool. Ich glaube, ich muss... Wie bist du eigentlich da? Ich glaube, ich muss dann unbedingt heimgehen, weil ich kann kaum noch laufen. Oder geh, da sterben wir nicht zusammen. Ja. Ich kann dir auch nicht groß helfen, weil ich einfach überladen bin. Ja, bring erstmal alles weg. Ich schaffe das schon. Okay. Alter Überlebensweteran. Ich sollte vielleicht auch aufhören zu rennen, weil ich hatte gerade auch das Problem, dass ich dann den Zombies in die Arme gelaufen bin und dann halte ich nichts, um mich zu wehren. Andererseits bist du dann so asch langsam. Ja. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt ist mir kalt und ich verliere Leben. Ah, das geht ja schnell. Ich renne in ein Haus rein. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Okay, mein Haus ist ganz nah. Oh oh. Du hast noch eine Pistole. Nimm die. Eine habe ich nicht. Du hast doch vorhin eine. Ja, die ist hier im Haus drin. Ach, du hast dein Zeug noch gar nicht. Nein. Hast du wenigstens einen Holzknüppel? Nein. Warum nicht? Ich mache mir immer ein, wenn ich loslaufe. Ich lass mal einen in der Ausrüstungskiste, dann kannst du dir dann einen nehmen, wenn du das nächste Mal sterben solltest. Jetzt habe ich mein Zeug. Okay. Renn auch am besten ins Haus zurück. Naja, rennen kann man das nicht nennen. Ja, oder krepel dich zurück nach Hause. Ich beeile mich schneller wie der Scheiß. Okay, da kommt das rein und der Holzknüppel Level 2. Die Pfeilspitzen. Jetzt habe ich zwei Holzknüppel Level 1, keine Ahnung warum. Was ist das? Herausforderung, das Schweigen der Lämmer. Warte mal, kann ich eigentlich schon... Oh, ich kann uns bessere Knüppel basteln. Wir müssen mal Eisen sammeln. Ah, okay. Ich habe schon einiges an Eisen. 47 haben wir schon. Ich brauche 200 pro Knüppel. So viel haben wir nicht, oder? Äh, nein. Okay. Die Saat soll ich vielleicht auch mit bei den Lebensmitteln reinpacken. Yep. Schneebären und Schmerzmittel und krübes Wasser und Charging Bull. Was ist das denn? Ah, mehr Agility. Du hast die Wahrscheinlichkeit, dass der Perk oben bleibt. Interessant. Oh. Ich habe schon siebenmal Bier. Ich lasse mal kurz die Katze bei mir rein. Moment. Ich glaube, dir gefällt das Wetter draußen nicht. Es ist ganz schöner Wind. Das hat man die letzten zwei Tage. Okay. Und wir haben übrigens Kaffee. Ich glaube, Kaffee war nur, dass dir warm ist. Ja, hattest du da auch mal einen Ausdauer-Buff. Aber ob das jetzt noch ist, keine Ahnung. Okay, ich habe noch die Dose Thunfisch. Die packe ich mal hier rein, damit es mein Inventar nicht nimmt. Den Schraubenschüssel lasse ich jetzt auch mal hier, denn den nutze ich überhaupt nicht. Hast du noch Zeit, oder muss ich schon fertig machen? Du musst eigentlich gleich aufhören. Ja. Ich esse mal noch die Dose Thunfisch. Krankheit. Oh, ich bin gleich. Okay, was ist das? Oh, ich habe ja vier. Vier Punkte sehe ich gerade. Ich brauche noch drei. Aber was wollte ich überhaupt machen? Ach, egal. Sobald es nach Hause kommt, dachte ich. Ja, das mache ich doch schon. Ich mache jetzt mal den Pack Mule. Da findest du später auch noch upgrades. Da kannst du quasi so eine kleine Klamotten machen. Alles klar. Alles klar. Wird gesporen. Das klingt auch gut. Gab es hier nicht auch noch? Aha. Ich muss wahrscheinlich Intelligenz auch sehr viel skillen, oder? Eigentlich musst du alles gönnen, wenn du es genau nimmst. Gab es auch irgendwas, wo du mehr samt mehr findest vielleicht? Auch was das? Ja, bessere Qualität. Lucky Luther. Boah, genau. Ja. Bessere Qualitäten. Oh, mehr Waffenschaden. Klingt auch nicht schlecht. Wir kriegen langsam ein bisschen Nahrungsprobleme, kann das sein? Ja. Zwei sowieso, da geht das noch schneller. Kann man die Kartoffeln braten, oder so? Die kannst du roh essen. Ja, aber du kannst gepackene Kartoffeln machen, da brauchst du aber einen Grill. Traurig. Warte mal. Wird schon Lagerfeuer gemacht? Verkohltes Wildbret Talg. Kalk. Gekochtopf. Kriot. Konserve mitweist... Kannst du eigentlich auf das Feuerei zugreifen? Hopla. Wenn du drin bist nicht. Nee. Kannst du darauf zugreifen? Jo. Okay. Also, gekochtes Ei, das ist schlecht, da brauchst du Wasser. Lass mich mal wieder rein. ich will auch so kochtopf haben wir jetzt schon mal grill und das ein messbecher oder sowas denn haben wir ja auch schon dosenfleisch kann man machen ich brauche farbe wenn wir tierfett haben können wir dosenfleisch machen wir haben verrottendes fleisch große knochen und farbe wir brauchen das noch tierfett leere dosen aber auch wo wirst du braucht alles wasser weisbrot auf wasser wir brauchen wildbred freeman da können wir schinken speck mit eiern machen da braucht wahrscheinlich den grill schinken speck mit eier so ziemlich das beste mit oder filling steak and potato meal da bräuchte eigentlich noch pilze und tierfett es geht doch ja gut aber ich glaube da muss ich fertig machen das ist 1930 durch die scheiße geht doch nicht was machst du da ich dachte ich kann die backen kartoffeln machen aber geht doch nicht okay beim nächsten mal ich weiß wie ich das kriege da muss man dieses dieses koch lernen masterchef genau dies in coffees brauche ich dann intellekt also aktuell bin ich noch so schlau wie eine kartoffel aber das wird sich irgendwann ändern na ja fast 100 eisen geht doch schon ja ok warum uns verabschieden machen du musst du musst dich fertig machen also wenn du spät zur arbeit kommt ist auch blöd also beim nächsten mal werdet ihr freeman wahrscheinlich ein bisschen besser hören bei der nächsten aufnahme das war let's play seven days to die und ja wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der zombie apakalypse vielleicht aber auch nicht das ist eine interessante textur fällt mir gerade so auf aber ja dann bis zum nächsten mal mit wichlein tv bei leute